maxi thiel darf also noch mal für seine spezialität aber da habe ich ein bisschen zu viel versprochen hallo liebe fans besonders hier im erzgebirge vielen dank für eure abstimmung habe glaube ich mit 30 prozent gewonnen riesen riesen danke und ich hoffe dass vielleicht noch die ein oder andere medaille dazu kommt ich werde mein bestes dazu geben und wie gesagt noch mal vielen dank für die auszeichnung für den für den ganzen verein ist es eine super geschichte und für mich persönlich natürlich und vielen vielen dank